Nach 400 Metern halb rechts abbiegen und danach rechts abbiegen. Bitte halb rechts abbiegen. Bitte links abbiegen, in die Ochsenfurter Straße. Bitte links abbiegen, in die Ochsenfurter Straße. Nach 200 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wenn wir uns begegnen, dass wir auf wie kommen. Wo können wir parken? Es gibt einen Spot. Hier. Oder wir müssen gehen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit wir kommen und so viel bezahlen. Vielen Dank.